Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Autohaus Sinopel. Mein Name ist Sven Ludwig und ich darf Ihnen heute diesen Opel Saphira aus dem Baujahr 2018 vorstellen. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit LED-Tagbarlicht, Alufelgen im Innenraum mit Navigationssystem und Stoffsitzen. Schauen wir auch einmal in den Kofferraum. Der für Saphira gewöhnlich große Kofferraum mit den zusätzlichen zwei Sitzen hin. Im Fahrzeuginnenraum finden wir einen Multifunktionslenker mit einmal dem Limiter und dem Tempomat der Freisprecheinrichtung. In der Mitte an dem Display finden wir einmal das Navigationssystem. Das Fahrzeug verfügt auch über eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik und verfügt über eine Rückfahrkamera, die Sie bei belieben einsetzen können. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video von dem Tiefseeblauen Opel Saphira gefallen. Haben Sie Fragen, Anregungen, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.